ja das war eines der härtesten grotten und diese kleine mini raumtanschen den ich eh hatte ich habe ja schon vielmals ein bisschen gefarmt damit wir ein bisschen items haben hat sich aber auch gelohnt explosion sogar war impact so geil also machen wir doch mal das so kurz die wir haben einen neuen backpack also rucksack und joe ich habe mega heiten spaß gehabt das sieht man hier paar level up so lange war ich jetzt nicht unterwegs ich habe mich einfach nach westen gegraben von unserer base aus und habe da noch einen schönen berg gefunden so eine klippe das möchte ich euch auch gleich noch zeigen jo jetzt haben wir erst mal mehr platz und das beste ist als geht gar nicht okay vielleicht weiß ein gleicher typ ist oder so warte kurz wenn ich den golden ja ok es geht gar nicht ich dachte schon man könnte das auch noch reintun und so ne lieber nicht zu viel platz haben das wäre lang lang oder jo ihr seht hier auch ein paar items die ich gefunden habe ja ein paar sachen habe ich noch gezielt wegen den spawner und so gefarmt ja was habe ich jetzt so gezielt gefarmt hier ist natürlich das holz noch vom stadtbau zum beispiel kalt sieht oder ja weil es auch ein schöner block ist habe ich ein bisschen gezielt gefarmt natürlich die erde dafür das darf und ja natürlich die truhen haben meistens so köpfe bei sich zaubertische ich habe irgendwie so sechs zaubertische gefunden schon das ist eigentlich wieso ohr bays also alle ohr bays die ich schon gefunden habe und zurzeit zahlreich angepflanzt und ja zum beispiel cobblestone natürlich durch das graben unten jo und einen teppich also moosteppich ich hätte ja auch keinen moosteppich aber der ist wahrscheinlich dann immer nass oder man muss ihn immer nass haben im real life ist nicht so gut also jetzt zeige ich hier unten ich nehme noch kurz die blöcke mit ich brauche ich vielleicht richtig schnell wie auch schön etwas designen die stadt noch ein bisschen schöner das habe ich jetzt in der letzten zeit auch ein bisschen nachgedacht wie könnte ich die stadt dann wirklich wunderschön machen weil ich habe gesehen das haus das gebaut wurde das war ein bisschen zu hoch das war alles als cobblestone am boden das könnt ihr gerne noch im alten part nachschauen und das war so richtig koppelig am boden war einfach eine schicht fundament einfach so ein bisschen zu weit oben also wir müssen beim platzieren hat doch ein bisschen besser noch schauen sonst haben wir einfach viel aber habe ich einfach aus erde gemacht das wird langsam zum gras scheinbar und jo ich habe sehr viel sortiert also ich habe meine kiste mal sehr aufgeräumt da können wir sowieso eigentlich jetzt langsam iron chests draus machen so wenn er an ist dann auch ein bisschen weniger schön gut die sind gut gemacht diese kleinen dungeons aber man sieht sie halt immer weil ähm naja okay weil sie hat deshalb gehe ich das so lange das war eine expressions das war eine volle äh welches war das mit äh das okay das weg weg ähm jo wir müssen alles zu ein chest schon mal machen so ich glaube der zauber probiere ich einfach mal unten aus und cadmium ja cadmium nehm ich auch nicht ach komm schon so glied okay hier unten ist ungefähr der große raum ah ja das brauche ich auch noch dankeschön so uranium nicht aber ich brauche ja den ja den habe ich auch mittlerweile gefunden gibt es wahrscheinlich ja genau hier ist der große raum ähm gehen wir aus ne oh der drüben ist nochmal oh geil der ist sogar in der nähe äh gibt es nochmal einen raum hier drüben boah wir haben so ich habe so viel zu zeigen aber das es dauert einfach ewig also ich hätte gerne einfach mehr Zeit hätte mehr Zeit bitte ah da ist die Kiste hallo okay in die Falle auch wieder eine Apotheke Boss ähm hat das eine Bedeutung und ist das einfach ein Mordname wahrscheinlich sind die einfach mit mehr Leben scheinbar ja vielleicht ist irgendwo noch ein Zombies oder oder einfach wegen dem ja spawnen den neigen Zombies Effekt den es ja in Vanilla auch gibt kommt alle zu mir und lasst euch abschauen genau joo na schön aber also mir gefällt der Mord das Mordpack eigentlich mega ja vor allem halt dieser Minkornismut also wer das so als gemacht hat die Skripts vor allem und so ist einfach heftigst hätte ich gerne als Spie sogar eine schöne Stadt zu bauen ja es gibt ja City Skines oder so aber das ist nicht mit leider dann ist schon eher Arno das sind so gute mittelalterliche oder so ja es ist ein Spawner hier sogar das ist ein ganz normales Spawner sogar okay geil das Glück naja das Ballon hier den las ich bin tierlieb oder monsterliebe so ähm ja vielleicht können wir hier mal einen Spawner ja wir haben ja einen Raum großen oder ich bräuchte eigentlich das nicht so und jetzt bin ich aber richtig voll jo ähm ich habe einen Waypoint gemacht da drüben wo ist das weiter ja ah da ist der das ist einfach eine andere Lade so was ist das Tablette von Verziehen eine Tablete die Friturale verwendet ich glaube ich habe es schon mal gefunden aber ist so in Erinnerung von von der Beschreibung her schon ziemlich ja ich weiss nicht die kann man nicht stacken und hm ja einen Compressed Stone da eigentlich dann würde ich lieber den Mana Trunk noch mitnehmen ja ok und dann nehme ich das noch mit so so also dann zeige ich nach dem grossen Raum ah da ist noch Diamante hat sie hm 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 also ja schon fast ein bisschen zu spendabel manchmal dieser Mod aber ich denke jo dafür haben wir auch immer wieder Kämpfe und so da habe ich noch ein paar Blöcke ähm ja was nehmen wir nicht mit eine Eisenbahn nehme ich jetzt nicht mit das nächste und das nächste ja komm geht jetzt soll wieder irgendwo sein gesammelt wow ok diese Logistik Scores wir mussten Steinsiegeln ja dann mache ich übrigens den genau da kann ich den Compressed Stone haben aber manche Sachen findet man zu oft ok das ist nur Quarz so das nehme ich noch mit die nehme ich nicht mit Ketten könnte ich auch mal mitnehmen wow also diese Scherpen brauche ich sicher mal ach komm ich nehme diese bewussten Sachen auch wieder mit Wettenflügel habe ich auch schon einen sicher gefunden so so und Sättel brauche ich eigentlich nicht momentan ich würde es aber zauber den Knochen wie geil also was brauche ich noch einfach einfach der Weg zurück zu dieser großen Halle Grotte ach schade also telefonieren wir kurz wo haben wir es? da so so und dann hier runter ne das ist die falsche Richtung hier runter ja so also das ist ein gigantischer Komplex ja der geht viel weiter nach links wahrscheinlich noch aber vor allem in die Richtung habe ich noch nicht erkundet und wo ist denn jetzt Zombies spawnen nochmals oder Burenfalle hier drüben was ist das hier? da kommt irgendwas runter ah und nochmals ei 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 uns halt von spawnen jetzt kann es in der Nähe nochmals ein anderer Spawner sein es reicht langsam mit diesem Level Up wir hätten das viel anders machen können ah die sind stärker wow boah richtige Action also unbedingt nochmal ein paar Sachen reinlegen sonst die spawnen sie ja wieder drei Zaubertische wer will diesen Scheiss ja ok dann leg ich ja die nächsten Dekoartikel rein also ein nice nutz Ding glaube ich jetzt gerade noch mal nicht Namensschäde haben wir genügend da nehmen wir etwas wichtiger sechs mit und was ist das für ein Steintrieb wie das ist eine wie ich den Namen gar nicht sagen kann Explosionsschutz und Moorschutz also den Schutz nehme ich mit und trage ihn oh auch nicht schlecht ja so und die Bücher Unendlichkeit unbedenkt mitnehmen ok dann mache ich das nicht Ding wahrscheinlich einfach zum schneller graben oder so kein Träscher kein Träscher hä ich habe ja einen Träscher gefunden kein Träscher höhere Resistenz oh für die Dinge da ok hey so und wieder so eine Welt ah diese dunklen Biome ja Asulin ok es ist der gleiche Stein schade aber so viel entdeckt einfach nur weil ich ein bisschen Erde gesammelt habe nicht schlecht jo das koppelt äh das Retztung sieht so gut aus schön also wirklich macht auch einen riesen Spass wunderbar also jetzt zeige ich die Jönigliebe ah die Himmelsfeste war es nicht das war das danach äh links am Ozean ähm weiter ja ist das nicht mehr markiert ich habe es doch irgendwie markiert jetzt muss ich die anderen Sachen noch lesen ja sie sind sie sind deaktiviert worden irgendwie macht sich der schon im Map Mod ein bisschen ähm selbstständig manche Sachen werden einfach auch abgewählt und ja ich sehe nichts irgendwie etwas wie eine Klippe oder so ich sehe auch gar nicht mehr was ich geschrieben habe und irgendwo habe ich noch Baumfarm stehen und die wird auch nicht mehr angezeigt es kam schon ah da oben steht alle 60 nein ich aus nein ich an oh also das Hausbrauen aber es ist gut dass ich das jetzt weiss dass man das direkt denkt äh Holzlager ja hier ist ganz in der Nähe die Klippe so ähm das ist die Hutzl hä okay ah das ist ganz am Anfang gewesen nein 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 das wollte ich nicht Baumfarm ist es genau so und jetzt kann ich die Klippe auch zeigen wenn es generiert hier oben ist auch ein Vulkan das ist einfach rechts von meinem Haus seht ihr ganz nah rechts vom Haus und hier oben ist die Himmelsfestung übrigens und das ist ja noch vom alten von der alten äh Welt so ähm jo laufen müssen wir nicht mehr aber ich weiss jetzt nicht in welche Richtung ich glaube in die Richtung ist die Klippe und das ist wunderschön das muss ich unbedingt zeigen eine Ananaspflanze okay muss ich mir merken ja so mega schnell äh Sklette genau hier ist die Klippe oh ein Papageist auch hier und dann sind die Waldwesen da und diese mega Klippe oder hat zwei so Verspawner fallen drauf und ähm man sieht halt schon mega ja Babys müssen zuerst klären und treffen so oh ein Schollerbogen wahrscheinlich gar nicht ja was habe ich gesagt gar keine Alperkeit hat jetzt ist der Knochen so und der hat nämlich so coole Höhlen ich muss noch kurz ein bisschen nähe zeigen ich muss euch unbedingt zeigen die so richtig schöne Höhlen eingehen und das sind recht viele vier Stück ja also wunderschön also wirklich ist das Skelett ja hä da habe ich auch kein Skelett geschossen eine Kroppe die nichts macht die mich nicht beißt ich habe ein Bogen Geräusch gehört habe ich das auch gehört ok recht komisch ja was werde ich nochmal nochmal holen ich mag solche Blöcke also irgendwie eine gute Location um irgendwas geiles zu machen so ein Magiertum einen grossen Magiertum ich mache überall Magiertum ja nicht dass es irgendwie langweilig wird nicht übertreiben aber so kleine Türme hier und grosse ein grosser dort und irgendwann geht dort auch noch eine Stadt genau ringsum oder dort wo ich jetzt gerade gestanden bin einfach eine Stadt hin klatschen dann drüben der Magiertum und dann noch eine Kaserne oder so irgendwas Militärisches ziemlich geil also wie ich eben gesagt habe habe ich ein bisschen sortiert ein paar Sachen zum Beispiel hier habe ich mehr Sachen drin und ja hier ist sogar voll hier auch ziemlich genau und hier habe ich vor allem die Blöcke rausgenommen diese Erzblöcke zum Beispiel Eisen- und Goldblock und ja hier habe ich auch langsam die Rüstungssachen drin so zum Beispiel und die Magersachen kommen hier hin ich denke die Pfeile könnte ich auch hier rein tun also der Leitstein ist irgendwo hier nein hier hier oben genau ok haben wir noch nicht aber weil wir ihn hier hin getan haben genau also ich dann haben wir noch ein paar Rätenflügel so und jetzt habe ich das Buch gehört das habe ich glaube ich hier neu rein getan ja hier also was wollte ich noch machen ich wollte noch kurz die Tränke rein das sind Magiertränke auch Magiertränke und jetzt ähm wollte ich noch die Eisens also diese Erzblöcke zeigen ähm ja hier unten also hier habe ich Kohle oder Eisen alles was mit Erz zu tun hat und Löchtstein ich weiß den auch nicht den brauche ich doch ab und zu dann kann ich ihn lieber hier finden was gar nicht finden unter 100.000 Koppelstone Blöcken ja und Platinum also ziemlich viel also Asurin ja Asurin habe ich einfach wegen der Farbe ein bisschen reingedacht gehört nicht so gut rein jo der Garten sieht auch cool aus und jetzt müssen wir aber doch noch ein bisschen vom Part für das Ding machen für das Dorf jetzt haben wir uns schön vorbereitet ähm ich finde es aber nicht wie wirkt da also lieber anlassen gut also was habe ich gemacht ich habe ja im Koppelstone mit Erde ersetzt hier drüben jo sieht jetzt schon viel besser aus wird bald zu Gras und ich tue immer ein bisschen rings ums Haus ein bisschen dekorieren und Strassen machen dass alle Gebäude wirklich gut angeordnet werden werde ich wahrscheinlich nicht so richtig schaffen also ich muss dann einfach die Strassen doch relativ früh ähm entweder nicht zeigen oder ähm ja in einem Livestream oder so machen und dann viel mit euch reden oder so also ich brauche viele Erde ähm ja ich muss jetzt das Eich hier irgendwo rein tun ja der hängt hier ein bisschen fest ich helfe dir ein bisschen aus so was machst du hä ja ich habe ein Problem dass du hier hängen bleibst das ist doch so viel Erde hast du noch mehr Erde ich habe ganz viel Erde ich habe ganz viel Erde ich habe einen Hasen also nehmen wir hin ich habe immer das falsche Backpack daaa ganz viel Erde du bist du dumm und dämlich ach komm schon baue endlich ja ich glaube ich nehme ein bisschen koppelst du was okay Bauoption Gebäude errichten so Bau bitte tschüss er holt noch ein paar Sachen hast du überhaupt noch Platz oder legst du die Sachen zu ah du tust jetzt noch kurz ein bisschen schau er legt ein paar Sachen rein wo er nicht braucht scheinbar und dieser ist jetzt keine Mütze mehr du hast deinen Hut du hast einen schönen Hut gehabt oder ja was willst du jetzt könntest du etwas Platz in meiner Materialkiste Regal schaffen ich kann immer nehmen da nicht ablegen ich setze mich sofort dran ja easy ich find der Mod so geil einfach so diese Sachen aha ein Dance-O-Cluck also nicht immer alles rein tun einfach ähm ja kannst du koppelst du nicht aber nur ein bisschen und jetzt ja aber mach mal etwas vorwärts muss die anderen Bewohner auch finden hey ich war erst kürzlich da dann waren alle Dorfbewohner hier um dieses Gebäude und das Rathaus aber jetzt ist einfach gerade keiner mehr da ok Werk Werk da ist ein Dorfbewohner oder hat er das anders gesagt ich hab's nicht richtig verstanden er arbeitet und nicht und die da sie sucht irgendwie Intelligenzen Intelligenzquotienten hm hm vielleicht sammeln sie einfach Bären und man sieht's halt nicht und ja stimmt zwar nicht aber ja wenn die sich noch ein bisschen verbreiten können können wir da manchmal da wird schon so ein bisschen Büsche züchten kann man die eigentlich mit einer Schere abbauen dass man sie so äh wo ist meine Schere eigentlich hin habe ich irgendwo eine Schere vergraben in den Rucksack vergraben hm das sieht wieder nicht so aus wo ist meine Schere hin ich glaube die habe ich kaputt gemacht ich habe so viel Leuchtmaus gefarmt hier habe ich auch zwei Leuchtmaus also irgendwo ist meine Schere und ich sehe sie nicht ich habe zwei Ambusse das ist gar nicht schwer fünf Heimer der Rucksack hat immer noch Platz ich brauche die hier habe ich die übersehen kann das sein hm dann habe ich sie leider irgendwie in die Pläge getan ah da ist sie ok ganz am Anfang war sie also kann ich nö hey ich will die aber haben das ist Dekoration Drago der anspruchsvollste Strüme der Welt ich will Büsche Büsche einfach Busch Wilhelm Busch so also wenn es mir ein bisschen langweilig ist weil der Bauarbeiter so langsam arbeitet mache ich einfach nur Blödsinn ja ich habe ein Problem ich mache nur Blödsinn der hat immer noch seine 6 Äpfel ich habe nicht Hunger ich glaube der esst gar keine Äpfel ich brauche eine Axt mit Minimal Level Wood oder Gold um mit Maximum Level Stone um weiterzuarbeiten dann mache ich eine Stein Axt sonst hast du noch 100 Jahre ähm aber brauche ich nochmals kurz den Crafting Table und ich habe keinen Koppel doch ich habe Koppel wieder so oh Drago kann craften fühlt sich wunderbar ich habe schon gedacht was ist was wollte er eine Axt natürlich ah ich muss ins Inventar legen so ja jetzt hat er mittlerweile einfach Bock auf eine Axt wieso keine Ahnung hat ja sein der Böde auch ohne Axt gebaut und vielleicht weil er hier noch ein paar Blätter weg machen muss und hier auch also einfach nur die Holz ja ok so aber ich habe noch mehr Dorfbohnen gehabt hä oder hm hm die Bambus wachsen auch mit denen nein die Zucker ja so ich war faul lieber Bauarbeiter mach du das lieber ich habe einen Fisch gesehen ein besonderer Fisch was ist das für ein Fisch ich kann mal keinen bevor sie Eier legen so oh schön aber ich habe nur einen ah da ist der nächste so der zweite also ey wir sammeln die Sachen wieder ein hä faule Stück der faule bin ich ey hm aber sehr interessant wie man einfach das auch so machen kann das hatte ich sicher mit so Blockabgleichungen und so gemacht oder also wir haben momentan einfach ich muss unbedingt friedlich machen sonst sterben die sofort weil es gibt Überfälle ich habe es nachgeschaut es gibt ständig irgendwelche Überfälle sonst wir müssen auf Peacewood spielen sonst haben wir einfach keine Chance die Dorfbewohner anfangs vor allem in Sicherheit zu bringen ähm sich nicht töten zu lassen von irgendwelchen Leuten die auch OP sein können und deshalb einfach für den Anfang später kann ich ja mit Stadtmauern und paar Wachtürmen wahrscheinlich oder so etwas mit einer Kaserne vielleicht auch dann doch die Wachen Vertrauen in Wachen Jo ok dann schlafen wir kurz aber nicht hier Gebäude also ja wo das Gebäude hinkommt das Hauptgebäude es ist Rathaus ja es ist glaube ich Rathaus was denn sonst äh weiss es was Haus der Dummen ja sorry ich weiss ich sollte nicht auf Politiker herumhaken aber sie können schon ein bisschen mehr machen wenn's also beim besseren Arbeit machen sonst muss ich nämlich Politiker werden du musst ich ich bin nämlich viel zu fleißig da mit dem let's play ja ja das Leben ist kein Lunchkonzert das Leben ist wie eine Schachtel Praline und man weiss nie was man bekommt vielleicht bekommt man ja auch Langeweile weil man ein bisschen warten muss auf Bauarbeiter aber der baut sicher bald auch schneller das wird nicht immer so langsam sein aber ich kann halt nicht auf den Beschleunigen Knopf drücken und ich muss halt auch immer wieder schauen können ja ähm ja ähm bitte erinnere mich später können sie dir das Platz in meiner Meteorikisse schaffen wenn ich mir da nicht erblickt ok also hat er jetzt wieder eingesammelt und wieso kann er das teleportieren oder hat er in der Nacht geschlafen der hat viel zu viel Erde der hat so viel Erde wieder abgebaut aber braucht so viel Erde für das Gebäude boah ich muss das alles dann ihm wieder reinschieben oh sorry das habe ich jetzt nicht unbedingt sagen wollen es wird ein bisschen pervers ich meine es nicht pervers sorry liebe junge Zuschauer ich hoffe die Alpen sind fest genug man sollte halt nicht immer etwas pervers anspielen ich bin nicht Austin Powers schaut euch den Austin Powers also ich reife immer an und ihr seid genug gewappnet für ja Grundstück des Lebens aber ich finde es immer lustig wie viele Leute da sehr sensibel darauf reagieren weil sie einfach noch nicht erfahren sind ich habe so mit 10 Jahren eigentlich schon alles gelernt ich war schon so frühreif dass ich mich fast schon schäme dass ich nicht so eine schöne perverse Zeit hatte mit 16 bis 18 Jahren das war schon viel zu früh 18 Jahre mit dem Kopf und das Huhn auch das ist schon 19 Jahre wie lange leben eigentlich Hühner? die leben mehr als 4-5 Jahre das werden wahrscheinlich 10 Jahre das ist schon also bei allen Hoftieren in Mais ist es ungefähr aber bei Hühner nicht also 5 Jahre mittlerweile sehe ich ja schon wieso muss ich jetzt das alles machen? ich habe keinen Wohnen ich muss schauen wie man ja eine Wohnung ein Haus macht ja ich kann das leider eigentlich nicht erfüllen ich hoffe das ist nicht so negativ und momentan ist es wieder komplett gefüllt ich glaube ich mache wirklich mal eine Zuhöhe das ist ja heftigst ja das Dämms will ich nicht benutzen weil das Lager das geht noch einige Zeit bis das kommt denke ich ja ja also zuerst einmal ein bisschen Erde rein tun das Dens koppelst dann auch ein bisschen und dann können wir noch ein paar eine Wolfbäre ok ja das ist wahrscheinlich eine andere Übersetzung Wolf oder also das ist ja Wolf äh Wolfes oder Wolf ne eigentlich Einzahl Wolf ist auch Wolf aber dann sagt man einfach Wolf ich glaube ich hatte so das ich kann auch nicht so gut Englisch ich hatte nie das Glück gut Englisch zu lernen in der Schule wir hatten immer noch ganz 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 leichte Sachen das ist wirklich billiges billiges Englisch das brauchst du doch nicht oder? B-Knobelsbette brauchst du auch und wo hast du das überhaupt? ja da hast du wahrscheinlich auch so einfach ein bisschen Ordnung halten dann geht das auch besser ja ja ich hätte es oben rein nehmen können ich werde alles einfach sortieren wenn ich mal Zeit habe Zeit finde ich habe ja auch jetzt vor diesem Part recht gut alles entmütlich sortiert hatte ein bisschen Zeit hatte dann aber einen Besuch und habe deshalb ja nicht fertig gemacht die Touren sind auch nicht alle gelehrt die auf der einen Seite sind die neueren Touren also nicht den neuesten aber die neueren Türen ja und diese ganz großen Länge beim Garten ich will dass du arbeitest ok ja den Zaun entfernen oder sowas hä ja wow wieso hat das jetzt abgebrochen hast du irgendwie gerade etwas Falsches gemacht ne zack aber ich bin wirklich erfreut dass die Leute nicht sichtbar runterfahren irgendwie noch irgendwo feststecken also ganz am Anfang dass die eine wirklich gute KI bekommen haben ja ich weiss aber du musst nicht runtergebrochen und die erkunden auch das Gebiet ich glaube das wurde jetzt geschützt deshalb ist auf der Map auch das Rot das Ding ist ein Schutz ähm mit diesem Mod hier Vape-Endlist könnte ich auch Vape-Ends machen mhm das ist einfach ein Vape-End für einen anderen Map und hier im Momentar könnte ich auch irgendwo hier genau Teammanager steht nichts von einem Dorf Nö also da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht ich muss ja auch mal etwas Technisches machen was ich eigentlich machen könnte und ja ich werde einfach mal ein paar Grindr ein paar Fischfallen und so machen weil das Fischen schon wieder ein bisschen zu langweig für mich ist es droppt zu wenig irgendwelche anderen Angeln Schuhe also Lederschuhe also so Müll es tun meistens Fische und die brauchen sehr viel Platz in der Kiste und so alles mögliche lieber so Fallen machen die dann irgendwie auch betrieben werden müssen natürlich aber ja kann man nix machen so ich brauche auch wieder Kohle ich habe so viele Fakken gesetzt dass Kohle Holzkohle verbraucht habe ich habe gesehen in anderen Spielen vor allem in Rollenspielprojekten das machen alle Holzkohle es ist einfach viel schneller, viel bequemer als ständig die ganze Zeit Steinkohle zu farmen oder man kann in einem Rollenspiel nicht die ganze Zeit meinen oder man hat nen Beruf und ich habe mich langsam an an diesem ja dieser Möglichkeit Kohle zu gewinnen und ich sehr gewöhnt weil es einfach auch eine ziemliche Beschäftigung ist und man mehr Holz auch farmen kann ich finde Holzfäden gar nie schlimm ich finde Holzfäden in Vanilla macht trotzdem auch ziemlich viel Spaß jetzt hier ist es halt blöd ich habe mal den Versuch einen grossen Wald wo ich ja hinter dabei bin einmal mit Schwarzeinholz mit Dschungelholz Holzfäden machen dann habe ich hoffentlich genug Setzlinge aber sonst kann es nicht immer sein dass ich viel zu wenig bekomme weil der Ort irgendwie zu wenig Setzlinge beim Holzfäden generiert er ist nicht gerade so gut balanciert er ist nicht gerade so gut balanciert und wenn es ein bisschen zu OP Jagst geht ein bisschen zu wenig Schnee kaputt Tja Mods muss man halt auch ein bisschen balancieren ja die sagt die ganze Zeit so ja ich brauche eine Wohnung ja es kommt aber ich muss erst das Rotradhaus machen ah ja und ich wollte nachschauen wie man das äh Haus macht oh im Krankenhaus gibt es auch ein Bienenhaus geil ok äh jetzt weiß ich gar nicht wie man das eine Wohnstätte ist es das? ok easy einfach eine Kackel ok ich denke es ist eine Wohnstätte oder? wir machen einfach mal eins und schauen also ich brauche mehr Holz ähm ich brauche eine Fockel was kann ich denn eine Fockel ich brauche Building ja komm wir haben alles ähm Building Tool haben wir leider nicht hier ja ah ich muss kurz zurück ins Haus schon wieder Nacht so dunkel ok schlafen kurz zu Hause ja und ich muss ein Part werden es ist so spannend ich habe das Gefühl ich mache nur noch 40 Minuten Parts nicht mehr 30 aber sie werden halt nicht so oft also lang geschaut ich bin wirklich erfreut dass es schon viel länger ist also auch schon ähm so November Dezember waren es weniger lange Zuschauer weil einfach so die Projekte nicht täglich kamen und so und jetzt ja es ist bei recht viel Prozent aber auswendig kann ich es jetzt nicht sagen im Durchschnitt ich habe jetzt zu wenig zur Analytics und so mich interessiert es nicht so sehr ich habe nicht so einen Drang nach irgendwie ähm ja Erfolg oder Analysen ich will lieber einfach meinen Spass haben euch einen Spass bereiten das ist das Wichtigste und dann geht es mir auch gut meine Krankheit ist ja besonders schlimm wenn es mir nicht so gut geht wenn ich irgendwie nicht so ja einfach dann zu viel Nervenschmerzen bekomme weil mich irgendwas reizt oder der Stress einfach da ist ist ein bisschen schade also ist aber leider eine sehr schwere Krankheit MEC fest ähm jetzt weiß ich nicht mehr mehr was ich wollte Building Tool irgendwie abholen ja Building Tool ist aber auch nicht hier ist es doch im Zelt nein ist es nicht das das freie Schild hast du äh ist kein Building Tool wo habe ich Building Tool dahin geteilt ah irgendwo ist noch eine extra Tool die ich irgendwo platziert habe da ja da ist das Building Tool ok dann können wir das auch noch mitnehmen weil die Kiste lieber dort sein muss und jetzt müssen wir runterscrollen so jetzt schauen wir noch kurz wie gut er schon gearbeitet hat wie fleißig der ist und immer schön den schwierigen Weg nehmen sehr gut also zuerst einmal boah heftig also so heftigst ja also ich muss craften üb die vier und steffen mit drei Wohnstätten So, also in der kleinen einzelnen Truhe sind die wichtigen Dinge und in einer Truhe könnte ich wirklich die unwichtigen Sachen machen und in der anderen die beiden Sachen schon mal Oh, und jetzt braucht es schon wieder etwas Ja, bitte erinnere mich später Das nächste Werkzeug Ja, das ist aber cool, dass man zwischendurch auch so Sachen machen muss Nur eben, man braucht auch ein bisschen Koppelstahl So, schön Jo, dann mache ich mal meinen Kopf und ich komme sicher bald zum Aufnehmen Die Schere ist bald kaputt Du machst unbedingt eine bessere und noch eine zweite Schere Jaja, aber nicht so ermüdend, gell Du arbeitest schon sehr fleissig, aber es geht schon ein bisschen schnell Ich hätte gerne einfach noch ein bisschen mehr Gefühl Ich gehe zu dem Fahrrad Bis zum Zockzack So, also Ja, unbedingt Wenn mir fehlen noch Ja, im nächsten Mal Gut, also danke schön fürs Zusehen Ich freue mich natürlich auf die Stadt Und ja, ich werde es natürlich Einfach mal schauen, wenn wir Level 2 erreichen Oder so, mal die Häuser doch ein bisschen besser noch hin bauen Irgendwo Irgendwo, ja, also dass man Ich habe mir ein bisschen einen Plan, wie die Stadt aussehen soll Ähm, ich weiss nicht Ich weiss nicht, japanische, alte Dörfer haben wahrscheinlich nicht Einen ganzen einzigartigen Setzungsstil oder so Ich werde einfach vielleicht schauen, dass ich einen Wegringsum habe um die Stadt oder so Und vielleicht noch eine Mauer hinstellen kann oder so Ja Ah, jetzt hat er sehr schnell Hey, du hast Öl, du kleckst mit Öl Das ist so geil, wie einfach auch Die ziemlich Ja Real machen, einfach ein bisschen cheapen jetzt gerade Das ging so schnell jetzt Aber Ja, ich tue lieber zu Mal was Ist ein bisschen zu Sonst So, wunderbar Okay, haben wir aber jetzt Ja, genug Zeit zum Aufbauen Schön, also wirklich motivierend Und ich freue mich auf nächste Parts Tschüss Und ihr hoffentlich auch Tschüss